Was wäre, wenn Sie Ihr Lager computergestützt verwalten wollen, aber dafür nicht extra ein aufwändiges und teures Lagerverwaltungssystem anschaffen wollen? Kein Problem, Sie brauchen nur Ihr bestehendes Warenwirtschaftssystem und IS-Warehouse. In Kombination mit mobilen Erfassungstechnologien ist IS-Warehouse die Datendrehscheibe, die direkt mit Ihrem ERP-System Daten austauscht. Ihre Lagerprozesse werden beschleunigt und Bestellungen können schneller kommissioniert und ausgeliefert werden. IS-Warehouse basiert auf Standardmodulen, die exakt an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. IS-Warehouse läuft direkt auf den mobilen Datenerfassungsgeräten. Übersichtlich gestaltete Masken führen mit wenigen Klicks zu allen wichtigen Modulen und Funktionen. Durch die Online-On-Demand-Funktionalität kommuniziert IS-Warehouse nur dann mit dem übergelagerten ERP-System, wenn dies erforderlich bzw. möglich ist. Das schont die Ressourcen und gewährleistet schnelles und flüssiges Arbeiten am mobilen Gerät. Mit IS-Warehouse behalten Sie den Überblick. Ihre Waren sind immer genau dort, wo sie benötigt werden. Zur richtigen Zeit und in der richtigen Menge. Das freut Ihr Lagerpersonal und Ihre Kunden. Das ist IS-Warehouse. Genauso viel Lagerverwaltung, wie Sie wirklich brauchen.